Wann wir Pflegekräfte aufstehen müssen, das willst du gar nicht wissen. Aber wir haben dafür eine Lösung gefunden. Ja, seid gegrüßt. Ich muss euch jetzt erstmal erzählen, dass sich das Gesundheitsministerium bei mir gemeldet hat. Und zwar bekomme ich ein kleines Interview mit unserem Gesundheitsminister Jens Spahn. Und ich darf ihm ein paar Fragen stellen. Und eine Frage wird auf jeden Fall sein, warum die ambulante Pflege im gesellschaftlichen Diskurs zu kurz kommt. Also zumindest meiner Meinung nach, das ist so die Wahrnehmung. Wenn man sich die ganzen Talkshows anguckt, es wird immer über Krankenhaus gesprochen, es wird immer über die Altenheime gesprochen. Aber die ambulante Pflege bleibt oftmals unerwähnt. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht fair. Denn die ambulante Pflege macht einen riesig großen Teil der Versorgung aus. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Pflegedienste es gibt. Ich weiß auch nicht, wie viele Menschen in ihrer Häuslichkeit versorgt werden. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und deshalb sollte auch, wenn es auf Bundesebene um die Pflege geht, auch viel mehr um die ambulante Pflege gehen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich Herrn Spahn stelle. Was er von der Pflegekammer hält, die kommt ja jetzt nach NRW. Ich finde auch ein sehr spannendes und vor allen Dingen polarisierendes Thema. Es gibt ja da auch wirklich eine richtige Spaltung, wenn es um das Thema geht. Weil viele Pflegekräfte sagen, Hopp, 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 Pflegekammer, stopp! Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich gehe jetzt auch mal auf eine Pflegedemo. Also habe ich mich auf meinen Roller gesetzt, bin Richtung Landtag gefahren. Und alles weitere seht ihr jetzt. Ich stehe dafür heute hier, dass zum Beispiel die Fußballspieler der Bundesliga-Vereine mehrmals täglich getestet werden. Mehrmals täglich. Wir pflegen den aber nicht. Laut Gesetz dürfen wir keine Wundauflage auftragen, die nicht vorher angeordnet würde. Aber wer ordnet die Wundauflagen denn an? Wir sind diejenigen, die die Ahnung haben von den chronischen Wunden. Wir sind diejenigen, die zu den Ärzten gehen und denen genau sagen, bitte hier dein Gelid runtersetzen, weil ich brauche Wundauflage X. Ich bin ziemlich aufgebracht und verärgert, wie wenig sich eigentlich in den letzten Monaten getan hat, beziehungsweise wie schnell die Diskussion, die wir gerade im März, April hatten, sich schon wieder erledigt hat. Das ist eigentlich... Der DBFK ist natürlich bekanntlich pro Pflegekammer. Aber trotzdem kann man auch als Kammergegner ja am Ende des Tages sagen, gute Aktion und wir versuchen jetzt einfach mal irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, damit die Politik sich nicht am Ende darüber amüsiert, dass die Pflege sich nicht organisiert bekommt. Und abschließend sei gesagt, es wird in nächster Zeit auch wieder spannende Anwendungsfilme geben. Ich werde auch mit dem katholischen Fachseminar für Altenpflege aus Duisburg-Neumühl eine richtig schöne Videoreihe starten. Da werden wir über die Prüfung sprechen, also wir werden die praktische Prüfung mal durchleuchten. Wir werden die schriftliche, mündliche durchleuchten und einfach mal darüber sprechen mit den Dozenten, worauf es ankommt. Und wir werden auch... Ich verrate noch nicht zu viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!